hier ist gesund irgendwie am besten gleich von der unangenehm den toten köpfen richtig viel holen in den töpfen du oder ausnahmsweise mal nicht in die bombe die mich töten muss ein bug sein das muss ein bug sein wir haben doch noch mehr auf dem schiff ich wollte mehr schaden mit meinem stab als mit meiner zauberung schiff ich hoffe So, was ist das jetzt hier? Warum ist die Neue? Warte, hatte ich mir heute schon mal so? Nein, nein, nein. Oh, da bin ich auf dem Kiezenbombs. Neck. Round, round. Ok, das ist ja so. Oh, ja. Okay, das ist ja noch mal so. Oh, ja. Oh, ja, ich bin hier noch mal. Ich habe das geroll, ja, ich bin hier ja. Ich habe das geroll, ja, ich bin hier. Oh, ich bin hier ja noch mal wieder. also muss ich nicht aber ich habe was zum ausschließen bekommen würde was spielen jetzt so probleme für all diese schlüssel da haben wir die scheiße doch mal wieder auf und fress sie dann gleich nein legst mich doch mal im shop was kaufen ne ich glaube nicht also so so Oh ja, wir müssen abholen. Sparen wir Mana für die Endbox. Wie komm ich denn? Ich weiß nicht. Olle! Hab ich noch nicht genug. Ich kann nie genug depressive Freunde haben. Olle! Damage plus 5, äh, 3, äh, defense. Damage, defense, wo ist der Unterschied? Am Ende mach ich mir Schaden. Hm. Ich brauche mal einen neuen Zauber, der gut ist. Und einer, der nicht viel Mana braucht. Kost 4. Kost 4 ist also teuer. Ach komm ich mir nicht. Das ist vielleicht der Kost 1, den wir noch irgendwann finden, wäre billiger. Äh, besser. Oh Gott. Das ist meinst du nicht ernstes Spiel, oder? Oh Gott. Ich bin einfach hier unten. Aber da war eine Falle, hab ich gar nicht gesehen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab's nicht gehört, ich hab's nicht gehört. Hm. Nochmal. Nochmal sieht man das auch nicht. Nochmal. Nochmal. Oh Gott. Das ist doch schon besser. Danke. Naja. Kann man nochmal shop gehen? Was ist das denn? Old Bottle Effekt in der Fall. Hebe ich mir das noch auf oder gebe ich es aus? Damage plus 1. Ich hoffe, dass ich später noch im Shop finde, wo was cooles drin ist. Ich bin da immer so optimistisch. Oh, ich will hier noch mehr Geld. Oh, ich will hier noch nicht. Na. Was haben wir denn da? Nichts, weil ich keinen Schlüssel habe. Glaubst aber. Das kannst du aber glauben. Schön vorsichtig, also alles gut. So, Spiel. Schlüssel. Hier ist der Boss. Der wieder nichts kann. weil... ...und sie hat ja keine Liste mehr wahrscheinlich. Man muss das Spiel irgendwann einfach mal geliehen, ne? Hier entfügt auch so. Dann hoch auf meinen Freund. Er hat für nur einen Kopf, aber was soll. Mach mal hier einfach auf. War ne gute Idee. Ich weiß nicht. Ach, ich hätte die Kiste da auch machen sollen oder irgendwas vernünftiges. Die Fänen sind schon... Mann, die sind halt Schaden, aber das sind halt... ...viele. Oh. Magic Crystal, was macht der? Oh, das ist ein Kristall und der ist magic. Hier muss nur einer. Das ist doch ziemlich so gut, um... ...Narkap aufzunehmen. Oh, Haller. Schlimme. Oh, jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Ich geh halt gerade aufs Mana. Und der Boss kommt noch. Oh Gott. Der Boss kommt ja noch, ne? Ja. Keine Ahnung, ob ich den schaffen soll. Ich muss den ja effektiv... Oh Gott. So eine Memory benutzt das doch nicht. Warte. BMX ist 1,4 Gigabyte? Was? Diese Belege ist 1,4 Gigabyte. Gut. Damit hat sich die Frage, ob wir den Boss schaffen, erledigt. Aber ich hab doch da... ...Gerang C. Ich versuche nochmal, Rang C zu bekommen und danach mach mal Schluss. Hm. So, ich würde gerne den Ausgang finden. Das schnell. Hm. Damit das Ziel noch nicht zu schnell ist, warten wir mal. Gehe ich mal aufs Klo in der Zwischenzeit ein. Im Grunde schon wieder jeden Raum, ne? Na, schlecht. Wass mal, was bekäme ich denn jetzt? Perfektionist Double Quick. Also ich müsste den... ...Aber... ...Ausgang einfach finden. Ohne alle Räume zu durch... ...die ich wehren... ...Op. Junge... Ich hab halt einfach kein Glück da war immer. Block? Ah, ich kann die Scheibe blocken. So, jetzt mal ohne alle Räume zu erkommen. Diesen C-Rang zu bekommen, ist ja echt schwierig. So, haben wir Schaden genommen. Ist schon mal gut. Jetzt bitte Bossen. Super, jetzt glaube ich wieder alle Räume. Sag mal, das gibt's doch nicht. Ja, das sind dann wieder alle Räume, ne? Ich würde vermutlich nicht reichen für den 10er. Ich will nicht alle Räume erkunden. Oh, macht 10 Schaden das denn? Wow. Entweder sterbe ich oder ich hab einen Beeren, geil. Oder also ein Bosskirchen. Ja, ein Bosskirchen. Gut, ich geh mal kurz aufs Klo. Das können wir hier warten. Ah, hier sind wir schon stumm und so, ne? Also, wir müssen nochmals auf. Ja, wir schwachen. Also, wir sehen uns einfach. Und zwar auf das Klo. Wir versuchen alle Räume zu Philadelphia. Und zwar das habe die Bl ende. Das kann man sehen. Und zwar das ist aber auch. Es geht nicht so, nicht so. Und zwar Das ist aber noch nicht hier. Untertitelung des ZDF, 2020 Gut, reicht das schon? Ich weiß nicht. Vielleicht reicht das noch nicht. Ich frage mich doch, warum das Spiel so viel Arbeitssprecher verrisst. Wir gehen einfach mal durch und gucken. Perfektionist, Double Quick. Was ist da? Wo war das denn? Double Quick? Warum überhaupt? Was ist denn? Double Quick? Wieso Perfektionist? Ich hab doch gar... Daher ist das halt so wie oft ich durchräumig bin. Ach, was du weißt. Weck mich. So. Das war's für heute mit... Winters-Loot-Pixel-Again. Oh, verungsthaft. Hat mir da noch gefehlt? Battle-Dent? Nee, das hatte ich noch. Holy Shield. Ah, das war's, glaube ich. Okay. Hab ich jetzt alles irgendwann schon mal freigekauft. Egal. Dann mach's das jetzt mit Pinsel-Loot-Pixel-Again. Ich sag auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Wieder noch dein Mensch.